Ja, dass wir da etwas Ruhe reinbringen, wenn es möglich ist. Nee, ich bin direkt in den nächsten Angriff, Rieber. Geschossen, wäre vielleicht eine Flanke besser. Super gemacht, Torwart. Lauf. Herzlich willkommen bei FIFA 18 zum Viertelfinale im DFB-Pokal. Ich bin der Jahre 85, ihr seid bei Knalltüten Gaming gelandet. Und wir sind mit RB Leipzig auf dem Weg ins Halbfinale. Und zwar werden wir das Viertelfinale dementsprechend erst gegen Bayer 04 Leverkusen bestreiten. In der Hoffnung, dass es mal anders endet oder ausgeht als 1 zu 0. Ich bin wieder Profi, 4 Minuten und bewölkt. Jetzt das obligatorische Training, was wir ja immer so gut können. Wir schießen einfach mal wahllos und treffen sogar. Hier, wir schießen nochmal und treffen wieder. Ein schönes Tor und jetzt auf ins Spiel. Viertelfinale RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ist unsere Mannschaft. Wir spielen von links und rechts und es geht los. Das fängt ja gut an, aber Versteubert, was macht er? Das ist Abseits. Das sah aus wie Abseits, aber naja. Das war halt der erste Angriff im Spiel. Der darf auch mal ins Abseits gehen. Der Laufpass. Eine Flanke. Oh, die war ein bisschen weit rausgezogen. Ein Kopfball. Oh, das ist Ball geholt. Ein Schuss. Oh, eine gute Parade vom Keeper. Der Klee Action reich an hier. Also, wie immer. Ah, gedacht. Was ist Abseits? Aber, er war zwar drin, sah auch schön aus von unserem Timo Werner. Aber es war leider Abseits. Schade. Ein gelungenes Tor geworden. So, weiter geht's. Leverkusen im Vorwärtsgang. Okay, der Vorwärtsgang, der ging schnell wieder zurück. Egoismus pur wieder. Oh, dann wurde der Fisch abgedrängt. Also, mit Egoismus kommt man ja definitiv nicht weiter. Allein hin und her hier. Was macht er denn? Ah, je, 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 je. Das Jahr haben wir einfach die besseren Möglichkeiten. Auch wenn es somit dann noch gegen Gold ist, was glänzt. Aber immerhin. Ei. Man kann mehr machen. Ganz offensichtlich gesehen zumindest. Oh, der war gemein. Vor allem gesagt fies. Aber, der Vorteil, dieses Schiri dankenderweise. Lauf. Ah, das war voll ins Abseits gespielt. Und wir haben nicht mal eine gelbe Karte kassiert. Wunderbar. Drei. Jawohl. Das für Leute sind heute sehr zweikampfstark, so wie es aussieht. Wunderbar passschwach wie immer. Was denn jetzt wieder? Jetzt geht's. Ne, nur eine Verwarnung. Verwarnung über Verwarnung. Aber gut. Oh, holt euch den Ball, aber jetzt schnell. Sehr gut. Gut gemacht. Ein sehr enges Spiel. Oh, oh, oh. Ne, wird nicht als faul gezählt. Na, zu ungenau. Oh, oh, oh. Ja, was macht er denn? Geklärt. Ja, das ist ein gutes Spiel, das sie gerade aufziehen jetzt her. Und die Anfangsphase haben sie verstanden. Die war nicht so gut lief. Wobei sie viel von unseren Fehlpässen kompetieren. Oh, oh, er war abgelaufen. Auch keine große Anspielstation da. Ey, jetzt ziehen sie aber schnell. Jetzt passt ich viel auf hier. Gut, dazwischen gegangen. Super gemacht. Lauf! Ein guter Schuss, aber aus der Drehung war er doch wahrscheinlich etwas zu sehr bedrängt. So. So, wir müssen wieder etwas Ruhe reinbringen, wenn es möglich ist. Ne, ich gehe direkt in den nächsten Angriff, Reber. Ach, geschossen. Wäre vielleicht eine Flanke besser. Super gemacht, Torwart. Mit dem Lauf, wenn man das nehmen möchte. Und so wird es wahrscheinlich auch hier wieder so sein, dass wir mit 0 zu 0 in die Halbzeit gehen. Die Leverkusener Spieler wälzen sich auf Platz. Wir hoffen einfach in der zweiten Halbzeit auf ein Tor, wie auch bei den zuvorgehenden Spielen. Zuvorgehenden Spielen, na gut. Vorigen Spielen, so rum. Der Vorteil war diesmal sogar auf unserer Seite. Mensch. Oh, kämpft doch, kämpft. Ne, das ist aber auch ziemlich egoistisch. Aber bei den klappt es komischerweise. Ja, also, glaube ich, haben sie die Leverkusen-Nation ins Spiel gekommen. Wir wechseln mit der Sabitzer wegen Augustin. Ich hoffe, dass der Ball ankommt. Ich hoffe, dass der Ball ankommt. Ja, kommt er. Sehr gut gesehen. Paulsen. Und das 1 zu 0. Wunderbar. Na, endlich. Wohlverdient. Aber doch mit Kampf. Kann man nicht anders sagen. Trotzdem 1 zu 0 für RB Leipzig. Das hat man gut gesehen. Abgezogen und rein ins Paradies. Sehr schön. Weiter geht's. Da ist die Gefahr nicht gebannt. Das ist eine gute Zeit. Oh, 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 oh. Was? Ja, das gibt Freistoß. Das war ein bisschen fies. Aber nur eine Verwarnung. Muss auch mal sein. Ja, war schon zurecht. Kann man nicht meckern. Egoismus in der eigenen Hälfte. Na, super. Na, das brauchen wir. Sehr gut geholt. Hol dir, hol dir, hol dir, hol dir. Genau. Ein super Pass. Aber leider zu weit. Schade. Oh, jetzt trümpft es aber auf hier. Ah. Die Wücke holt ja. Von dort geschossen. Oh. Ja, muss auch mal sein. Dürfte Ecke geben. Ja. Gibt es auch. Was für ein Ding. Kurios, aber schön. Nächste Ecke. Oh, jetzt Konter. Oh ja, klassischer Konter. Sehr wunderbar. Nein. Nein, nein, nein. Oh, und das ist 1 zu 1. Das kann nicht wahr sein, aber es war abzusehen. Aber es war abzusehen. Schon mit diesem Angriff viel zu zögerlich an den Ball gegangen und einfach nur in die Seite reingeschoben. Na toll. Okay, jetzt starten wir quasi wieder bei Null. Ah, abseits. Aha. Ah, wir waren vor allem oben. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. So, kämpft weiter. Was macht er denn? Wie tue ich? Machen die jetzt ein Zeitspiel oder wie? Klar ist er echt. Ich bin mir richtig gut geworden hier. Toll, was? Was jetzt? Oh, Freistoß. Ziemlich ungünstige Position. Torwart. Ja. Vorne steht noch ein Stürmer. Der muss den Ball kriegen. Hat er wohl nicht gemacht. Ah, schade. Das war kein Abseits. Und er geht rein. 2 zu 1. Sehr schön. Und er wird jetzt halt in der eingeschletzten Minute das Siegtor von Timo Werner. Und er hat umkämpft. Hart umkämpft. Uner Pass. Kein Abseits. Einfach. Bein geschoben. So wie das Tor von Leverkusen. Jetzt muss man nur noch eine Zeit bringen. Im besten Fall. Ball verloren. Sehr schön. Und der Abpfiff ertönt. Wir haben das Halbfinale erreicht. Mit einem 2 zu 1. Harten Sieg. Äh, harter Kampf. Fairer Sieg vielleicht. Kann man sehen, wie man möchte. Wir sehen uns zum Halbfinale wieder. Wenn es wieder heißt. FIFA 18 mit Jahre 85. Macht's gut. Bye bye. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.